Heute treffe ich eine gute Freundin in meinem Lieblingscafé in Berlin. Das ist immer so schön. Ich gehe zum Café und setze mich an einen Tisch für zwei Personen. Dann überlege ich, was ich bestellen möchte. Es gibt so viele leckere Sachen. Ich entscheide mich für einen Cappuccino und ein Stück Kuchen. Wir sitzen an unserem Tisch und plaudern. Das Café ist gemütlich und ruhig. Meine Freundin und ich genießen unseren Kaffee und den Kuchen. Der Kaffee ist heiß und der Kuchen ist süß. Wir haben eine tolle Zeit zusammen. Nach einer Weile ist es Zeit zu bezahlen. Ich gebe der Kellnerin das Geld und bedanke mich. Dann verabschieden wir uns und gehen. Cafés sind wunderbare Orte, um Zeit mit Freunden zu verbringen. Ich freue mich schon auf das nächste Treffen in meinem Lieblingscafé. Das Herz, ichne den Kuchen. Ich rufe